In einer Welt, in der sich nicht jeder traut, Unternehmer zu werden, treffen sie unsere Wunderfrauen und ihre Werke. Maria del Alcázar Gámez Sánchez Ana Isabel Ropero Gutiérrez Yuli Erisintchuk Aleksandra Chuvakova Maugojata Tomaka Renata Pomarańska Gabriele Vicent Alexandra Simões Wonder Women Works Ja, wir haben es geschafft. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur, IACA, wider. Weder die Europäische Union noch die IACA können dafür verantwortlich gemacht werden.